Gut Leute, willkommen zum kleinen Unboxing plus ein Gewinnspiel für euch da draußen. Erst will ich sagen, packen wir den neuen Holy Energy aus, nämlich der Piranha mit der Geschmackssorte Granatapfel. Wir probieren den gleich hier im Video, auf jeden Fall erstmal wie er schmeckt. Ich habe ihn noch nicht probiert. Das Ganze hier auf jeden Fall auch im Prinzip Live-Testing für mich. Danach, wenn wir mit dem Unboxing gleich durch sind, gehen wir auf die Internetseite, denn da gibt es auf jeden Fall ein Gewinnspiel, wie ihr eine PS5 gewinnen könnt. Und sonst Leute, wenn ihr den Piranha oder auch in Kombination mit anderen Packs oder generell bei Holy bestellen wollt, ihr wisst ja, mit dem Code SHADY spart ihr immer 10% und habt damit immer einen guten Preisvorteil. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal das Ganze hier probieren und dann gehen wir auf die Internetseite. So, dazu haben wir auf jeden Fall auch den stylischen Shaker. Ich mag generell rot, schöne Farbe und auch hier haben wir nochmal dieses coole Piranha-Logo auf der Kamera. Ja, sie fokust ein bisschen. So, ich habe ein paar Eifel vorbereitet, dann würde ich sagen, wir holen wir noch auf jeden Fall das Wasser hier raus. Sack, einen kleinen Kühlschrank und dann bereiten wir das hier vor. So, das Wasser ist drin, Leute. So, mal der erste Geruchstest. Und... Oh, der riecht mega gut. Und du müsstest, erinnert mich an irgendwas? Ich kann ein Granatapfel sagen, nein, aber irgendwas erinnert mich so. So, jetzt haben wir, machen wir unseren Shake. Ein Coop auf jeden Fall hier rein und dann schön schnell das Ganze shaken, würde ich sagen, Leute. Dann... Dann würde ich sagen, probieren wir das Ganze mal. Ich bin gespannt. Oh, der riecht mega fruchtig. Und er ist... Oh, der ist geil. Ohne Mist. Also, nicht ohne Scheiß, Leute. Ich habe natürlich keinen Mist. Ihr geht auf meinen Kanal, wenn ihr meine Streams und so guckt. Wenn mir was nicht gefällt oder irgendwas, ich bin da schon ehrlich durch. Und ich muss ehrlich gestehen, er ist geil. Also, dieses typische, ich sage jetzt mal, was Holy ja schon hat, dass, wenn man auf Fruchtsäfte generell steht, dann ist es ein Fruchtsäfte und Energy, wenn ihr beides mögt. Die gute Kombination ist halt Holy. Weil einfach genau das, das hier ist. Es schmeckt einfach wie so ein Granatapfelsaft und überhaupt nicht viel Energy. Das ist so dieses, ich könnte das Ding jetzt leer pumpen. Und, ich weiß nicht, ich habe einfach nur, wisst ihr was ich meine? So, dieser normale, ich sage jetzt mal, man hat ja mal früher so Gummibärchen-Sapp gesagt, zu normalen Energies. Das ist überhaupt nicht und ich sage, es ist einfach nur fruchtig und dafür, dass es sogar keinen Zucker hat, ist es unerwartet wirklich sogar süß. Also, geil. Ich würde sagen, der Piranha auf jeden Fall ist einer meiner neuen Favoriten, würde ich sagen. Aber das werdet ihr ja sehen, weil in Streams werde ich wahrscheinlich mittlerweile öfter trinken. Also, Leute, gehen wir mal auf die Homepage. So, da haben wir von da hinten nach, hier vorne gesprungen, sind wir auf der Hauli Energies Seite. Und hier oben habt ihr zum Beispiel schon mal erstens die Aktion, es gibt eine Halloween-Aktion, es gibt Gratusprodukte und hier gewinnt eine PS5 bis zum 31.10. So, hier steht, Leute, wenn ihr bis zum 31.10. für mindestens 39 Euro bestellt, nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil und bekommt prinzip, also prinzip Lose und die sind halt digital, also ihr müsst euch auch nichts kümmern. Ihr seht hier, ein Los bekommt man ab 39 Euro, drei Lose ab 9,6 Euro, ab 99 Euro, fünf Lose. Gewinnen könnt ihr auf Platz 1 eine PS5 mit dem Holy Skin und Zubehör, zwei bis fünf, der Holy ist hier Squats Sweater, also hier der Pullover auf jeden Fall. Ja, dann könnt ihr zu den Packs gehen und könnt hier im Endeffekt alles durch. Vom neuen hier Pomegranate Pierranja über Packs in Kombinationen mit Testerpaketen, das Ganze hier mit Glasflaschen, mit den Energy Sorten, äh, mit den Eistee Sorten in Kombination. Da gibt es hier so extrem viel, auch jede einzelne Sache, Leute, also hier oben, wie gesagt, könnt ihr zum Shop gehen und dann seht ihr hier was es alles gibt, hier so Mix-Match und auch das ganze Zubehör, also hier wirklich krass viele Kombinationsmöglichkeiten. Also hier könnt ihr zweitens auch mischen, was ihr am Beispiel haben wollt, weißt du, dann nehmt ihr zum Beispiel, äh, hier den, den, den Pomegranate mit rein, hier den Piranha, wollt dann zum Beispiel noch den, die wollen auch gerne den hier haben, so, dann, weißt du, dann könnt ihr hier das alles auch zusammenpacken und dann könnt ihr hier alles, was ihr halt haben wollt, auch da reinpacken. Also, mehrere Möglichkeiten oder auch, wie gesagt, für Neueinsteigerleute, wenn ihr halt noch kein Holy-Product-Beispiel probiert habt, einfach die Eistee-Probier-Packs, da habt ihr alle Eistee-Sorten zum Probieren oder hier eine Mischung aus zum Beispiel allen Energy-Sorten, wo es aktuell die Tester gibt, plus halt die Eistee-Sorten in der Mischung zum Beispiel oder auch hier direkt mit einer Glasflasche, also, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Checkt auf jeden Fall mal die Seite aus, wie gesagt, nutzt immer gern den Code SHADY, das ihr 10% spart und wenn ihr zum allerersten Mal einkauft, dann könnt ihr auch den Code SHADY5 benutzen für einmalig 5 Euro Rabatt. Ja, Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank an der Stelle fürs Zuschauen, teilt das Video gern euren Freunden, wenn ihr wisst, hey, die trinken gern Energies oder Eistees oder wie gesagt, mögen die normalen Energies nicht so wegen diesem, ich sag jetzt mal, Geschmack, den viele haben und wollen lieber was Fruchtiges haben, eher wie Richtung Saft, dann seid ihr, denke ich, aber holy auf jeden Fall, richtig, Leute. Also, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, wir sehen uns, bis denne und ciao.